Bereits seit mehreren Wochen zeigt sich in Tirol eine beunruhigende Entwicklung. Es tritt die Virusmutation B.1.1.7e484K immer häufiger auf. Mittlerweile scheint es rund 1.800 derartige Fälle zu geben, von denen rund 800 aktiv sind, so Experten am Donnerstag zur APA. Die Variante tritt im ganzen Bundesland auf. Viren mit dieser Mutation können unter Umständen schlechter von Impfterien neutralisiert werden und auch leichter zu Reinfektionen führen, so der Virologe Andreas Bergthaler vom Forschungszentrum für molekulare Medizin zur APA. Die Variation ist schon Ende Jänner in Großbritannien und auch im US-Bundesstaat Oregon aufgetreten, verschwand dort aber wieder rasch. Nicht so in Tirol. Mittlerweile liegen die auf Basis von PCR-Daten ermittelten Werte schon deutlich höher, nämlich bei bis zu 1.800 vermuteten Fällen. Außerhalb Tirols habe man in Österreich hingegen erst sechs Nachweise der gefährlichen Mutation erbracht. Es spreche einiges dafür, dass diese Variante tatsächlich in Österreich entstanden ist. B.1.1.7e484K dürfte auch gegenüber B.1.1.7 nochmals ansteckender sein, weil es sich im Vergleich zu letzterer Variante in den vergangenen Wochen stärker im Zunehmen befinde. Die Daten aus der Epidemiologie zeigen klar auf, dass das Ding infektiöser ist als B.1.1.7, so der Forscher. Dass all das wieder in Tirol abläuft, sei einerseits auch Pech und hänge vermutlich mit der geografischen Lage der hohen regionalen Mobilität zusammen. Wir brauchen einen Automatismus, um gleich, wenn so etwas passiert, Konsequenzen zu ziehen, solange es noch nicht schmerzt. Ein langes Wegschauen führe sonst weiter in die bekannte Spirale, an der am Ende immer einschneidende Maßnahmen stehen. Testen alleine reicht nicht mehr. Zeit für verordnete Kontaktreduktion, twittert der Experte zuletzt.